Und dann machen wir das. Oh, ich brauche bald noch eine neue Kiste für das Holz, ey. Scheiße. Oder ich muss mal wieder was damit bauen. Oh nein, ich brauche jetzt schon eine Kiste dafür. Fucky, kaki. Egal. Kommt damit rein. So. Dann, ich baue schon mal eine neue Hose, auch wenn ich die noch nicht verzaubern kann. Wie gesagt, Brustpanzer habe ich noch einen, ein Dingsens. Ähm, interessant, Rüstungstherdung, Rüstung, okay. Die Mütze ist ja auch nicht so schlecht, aber reparieren ist halt arschteuer irgendwie und lohnt sich halt doch nicht so sehr. Okay, die sind noch immer nicht groß, meine Güte, so. Ähm, da. Ein, 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 wie. Nein, es war noch erst sieben und dann mache ich es auch falsch. Unglaublich. So. Zack. Bumm. eine hose das ist noch eine axt nächsten schwert es ist schlimm hier so werdet groß wachst was mache ich denn jetzt also ich würde hier gerne in der umgebung bleiben damit und so im kühlschrank ist auch mal noch futter oder oder ist das durch den transfer doch wohl auch interessant in den öfern ist nichts alter mann ich wollte ja noch wasserhähne quasi bauen aber das na egal ich will die ganze zeit was fordern das ist so schlimm ich richte jetzt nicht ein mini 8 sterben die hühner ist voll nervig irgendwie scheint schon wieder so voll drin zu sein dass sie einfach sterben wenn die wachsen aber dadurch dass ich die zeit gesehen habe weiß ich jetzt dass sie groß sind also ich glaube jetzt nicht es war wieder so wenig so wenig wie das gerade jetzt wieder ruck was nicht mal ein steak alter also ich habe glaube ich von eiern her habe ich mindestens das doppelte wie letztes mal reingepackt ich habe langsam das gefühl dass mittlerweile nicht mehr so viel auf einen fleck passen das ist ungünstig durchaus aber ja und ich hoffe doch dass man irgendwann mal doch aus den federn irgendwas machen kann was ich jetzt ein level gekriegt ein level verdammte kacke ich gleich noch mal die monster falle ja was ich gehe noch mal kurz ein bisschen farm oder sonst so was so ja ich hoffe man kann bald mal aus federn was machen weil die muss ich ja doch sonst bald mal wegwerfen und das schade darum also jetzt halt so ich habe nichts gesehen da ist nichts runtergefallen sieht niemand ja ich glaube ich geh jetzt mal um die kurzen kohle holen oder so ach quatsch die erstes kiste ist da vorne jetzt auch erst überlegt ob ich mir noch jetzt mal kurz die gesund die behutsamkeitsspitze geschnappe aber da dachte ich mir dann doch lieber so nee weil nee das ergibt sinn bestimmt hier runter gibt glaube ich nicht so viel sinn habe ich gerade so just entschieden also glaube ich ein bisschen wieder so nach nach da in neue gebiete brauche ich auch nur noch fünf level hier wird lebende schweine darf es eigentlich nicht geben muss ja noch alle tiere dann ausrotten aber hier ist schon ordentlich gut was ich könnte ja auch mal wieder vermehren da kriege ich auch ein paar ich bin nicht viel aber ein paar habe ich gerade da noch karotten drin jawohl ich wollte auch sagen ich habe doch neulich erst also wohl nicht allzu langer zeit mal wieder geerntet nein weißt du jetzt kriegt ja hunger jetzt wohl ja klar ich meine wenn man sieht wie anders kriegt man natürlich auch immer sehr logisch aber also nicht immer das kann auch sehr abstoßend werden nehme ich an aber trotzdem das ist voll die verarsche weißt ich will die ganze etwas futtern und das will er nicht und dann wird er gerade nicht soll dann will er natürlich schlimm schlimm der junge so ihr seid alle schon noch nicht alle noch nicht alle happy so aber hier geht es noch weiter alter ja geil kommt zu mir so so gefällt mir das doch ja so viel xp kriegt ja eben glaube ich auch nicht von aber das ist tatsächlich ist ja quasi fast gratis kostet ein paar karotten aber da kann ich mit umgehen so ja hier noch eine hecke und da noch jawohl alle zu mir dann kann ich euch bald auch mal schlachten geil werde ich über euch ein schwert mit brannten kriege ich gleich das obwohl das krieg noch xp für ja mal sehen so ich will die ganzen karotten loswerden deshalb glaube ich noch so durch die gegend auch wenn teilweise dann ein paar kleine abkriegen und dann größer werden oder so aber nur noch sieben kommen sieben werden wir noch los oder nicht all das ist das ein gedränge hier also jetzt gibt mir noch meine xp hier noch über verstreut liegt aller krass das hat mehr level gebracht als ein paar hühner zu töten ja wo es gar nicht so wenig nur gewesen sind also schon fast 50 hühner oder so werden es schon gewesen sein ne alter geil das hat mir gefallen also okay das kann jetzt pervers aber egal meine xp dann könnte ich auch noch mal die kühe vermehren meine kühne ist glaube ich noch mal relevanter da habe ich noch gar nicht so viele wo ich tatsächlich auch gar kein leder mehr jetzt brauche zur not deshalb nicht komme ich jetzt mal kurz irgendwo schnell in irgendeine höhle machen noch drei level und dann ist gute geschichte drei level reichen dann erstmal der lauf hat jetzt erstmal eine zeit lang ohne hose rum aber auf jeden fall brauche ich eine schaufel das ist sehr wichtig gut jetzt wird auch gerade wieder nach dann wird das auch noch mal einfacher mit leveln denke ich mal sollte da hinkommen ich war so aber die hühner fahrt die hühnerfarm ist irgendwie in letzter zeit nicht so effizient und das finde ich sehr schade sehr sehr schade so und die richtung bin ich schon gelaufen noch ein bisschen nach da ich glaube so wird das auch nicht ändern aber da war ich glaube ich eben gesagt noch nicht wirklich und da finde ich dann im zweifel eher eine höhle war jetzt so mein grundgedanke ich denke mal das kann man eventuell nachvollziehen so ich nehme fast wieder eine halbe stunde ok ist übertrieben ich nehme 20 minuten auf aber fast eine halbe stunde es ist er hat sich dem an naja ok so nein 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 so hier sind zwar monster schön und gut aber ich will halt vorrangig erst meine höhle finden bevor ich mich um das ganze gesorgt kümmer das ist halt quasi nur so der bonus habe ich noch mehr ich habe nur die zwei fackeln mit ne das ist ungünstig er kommt auf die schnauze so licht warum sie das sind ach so das sind diese neuen blöcke so naja mit diorit und keine ahnung der ganze krams heißt wir haben wirklich bisher auseinander gesetzt mit da ist doch kohle habe ich doch so erspät nicht wahr das eisen und kohle nämlich auch beides einfach mit dann für das eisen krieg nochmal xp die creeper könnte ich töten mache ich auch aber die xp kriege ich leider nicht aber trotzdem so geile spitzhacke power freisonne kohle kohle ok kohle blog sieht auch ganz interessant aus also ja ich doch ich muss sagen ich mag das respekt doch ziemlich obwohl das auch wieder nur ich sagte dann anführungszeichen auch nur 64 x 64 ist eine zeitlang habe ich ja wirklich immer nur mit 128 gespielt man sieht das halt schon irgendwie aber zumindest zurzeit störe ich mich jetzt nicht so dran so haben wir schon level 28 gut wie gesagt also viel fehlt jetzt ja auch nicht mehr so ich habe doch monster gehören und gesehen die hexe wussten muss ich bin einer das ist über mir irgendwo wahrscheinlich aber die hexe die würde ich gerne erst mal weg kloppen hallo ja dann eben erst der creeper mir doch egal so so wo ist der zombie da ist der zombie gut so meine xp den mob drop den werfe ich gleich weg alter sind die xp von exo weit geflogen ja crazy so den gerümpel lassen wir hier nehmen wir schnell das hier mit und gleich level 30 alter gleich level 30 ja eisen immer auch mit wie gesagt werde ich noch viel brauchen stimme dem dioriten sonst was kannst du ja auch jetzt so polierten krams und so machen sind schon einige neue deko blöcke dazu gekommen müsste ich doch ein bisschen mehr mit beschäftigen aber heute nicht ich habe eine andere mission da noch xp haben wir da ein skelett haben wir weg haben wir weg so xp hole ich mir auch gleich natürlich selbstverständlich aber erst mal schnell die kohle stimmt das effizienteste ist ja immer im neta zu leveln das habe ich ja früher mal gemacht das werde ich jetzt aber erst mal nicht machen allein schon weil das neta portal ein bisschen zu weit weg steht aus dem bin ich jetzt ja hier erst mal bald dran ach stimmt das war ja quasi schon fast sind ritual bei mir am ende der folge mal zu verzaubern das habe ich doch irgendwie also der am ende der aufnahme habe ich doch mal ein zeit lang aber so ziemlich gemacht oder ich glaube also ich meine schon zu den angesiedelt so ist das einfacher hier reisen dort und die xp wollte ich auch noch mitnehmen vielleicht erst mal level oder aus die spinne 29 sind und dann level 30 putz putz hat futtern wollte ich oder dass die spinne 29 erreicht spinnenauge kann weg noch und vor Ort das fleisch auch so jetzt werden wir doch jetzt noch den letzten rest schnell noch kriegen also ich könnte jetzt auch wieder nach draußen gehen und schnell noch halt monster kloppen ich glaube das mache ich einfach nachdem ich die kohle da noch mitgenommen habe und den faden weggeworfen so sagt 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 hat war klaus bis level 30 wird es jetzt natürlich nicht reichen aber ich denke das wird sich dann draußen noch alles geben also erwarte ich jetzt einfach so die steine kann ich in die hand nehmen dann nehmen wir doch einfach mal die steine in die hand und laufen ganz weit ach versteht also weil ja aber war witzig ne sehe ich genauso flachwitze kann ich immer noch so dann mal und hier noch aus Du zwar keine fünf gebraucht aber ich würde jetzt alle wieder loswerden ja komm hier schnauze fresse aufs maul putz so und den da putz und alle zu mir ich habe hier was für euch gratis schläge voll die massage bestimmt eigentlich ja kommt schlimmer immer der reihe nach jeder wird hier bedient nein außer damit das will ich nicht Du bist ja dumm skelett warum läufst du denn auf mich zu wenn du fernkämpfer bist so knochen brauche ich auch nicht ich brauche gar nichts von euch ja außer vielleicht hat die xp ne und 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 dingstens ne verstehst du also feile ja spinne putz putz faden will ich nicht geil so den creeper noch okay wir brauchen noch zwei drei monsterchen vielleicht gehe ich dann wenn ich bis auf den weg nach hause level 30 nicht vollkriege gehe ich vielleicht dann noch mal kurz in die monster falle aber ich werde es auch nicht ewig rum warten zumindest nicht so geplant Sondern ich laufe einfach straight forward forward und wer mir im weg kommt der wird weggeschnetzelt und wer nicht der nicht der hat glück gehabt So meine planung erstmal so allgemein Ja komm wir nutzen einfach die brücke die nutzen wir einfach weil sie nur da ist sonst wäre sie umsonst gebaut worden so futter Mit von noch schnell nach hause kommen okay dass ich hier ein bisschen abgeschnitten aus aber der baum ist halt komisch stirbspinne bin ich gesehen hat trotz seiner acht augen keine ahnung haben spinnen acht augen es gibt verschiedene oder die hat nur zwei aber es gibt auch verschiedene resurspacks wo die hat mehr als zwei augen haben Aber auf jeden fall acht beine so vielleicht kann mich deshalb auch oft dann auch auf acht augen Ich weiß es doch auch nicht so hier mein xp Da könnte auf dem weg nach hause noch reichen Wäre halt jetzt ungünstig wenn ich sterbe Aber das ja geil los macht der creeper Nein nicht über mich drüber schießen Ja Los skelett wenn dir egal Dann eben keine schallplatte für mich das ist aber doch langsam wieder tag ne sich voll gelohnt ich will die sommer nicht zerstören also komm her Warum ist da ein schwein drin Oh krass Den hatte ich wohl schon mal getroffen Ich will was futtern nicht dagegen schlagen meine güte so Wo ist der zombie Ach da Ich will uns schmutz nicht bei dir Ich will ja dann Brexit Das geht und ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will